Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei Matze. Ich möchte euch heute weitere Karten aus der Forscherliga vorstellen, beziehungsweise eine neue Karte vorstellen aus der Forscherliga. Es wartet die nächste Legendary auf uns und zwar möchte ich euch heute Bran Bronze Bart vorstellen, beziehungsweise Bran Bronze Beard, auf Englisch. Beard, betone das Beard noch mehr. Ja, auf jeden Fall, your battle cries triggered twice, seine Fähigkeit. Das heißt, alle Kampfschrei-Fähigkeiten werden doppelt ausgelöst. Für mich ist das so ein bisschen das Gegenstück von Baron Rivendeear, falls euch der was sagt. Ich blende ihn hier jetzt auch nochmal ein, der macht ja your minions triggers the desertets twice. Also im Prinzip, äh, dasselbe, nur mit Todesröcheln. Und der kommt ja aus Naxxramas und jetzt haben wir hier das Gegenstück, kostet allerdings ein weniger. Der Bran, äh, Bran Bronze Beard, der Baron Rivendeear kostet vier, hat ein sieben und alle Todesröcheln-Effekte werden doppelt ausgelöst und Bran Bronze Beard löst alle Kampfschrei-Effekte doppelt aus und kostet drei Mana und hat zwei vier. Welche Karte ist jetzt die bessere? Ähm, für mich ist es, äh, Baron Rivendeear. Warum? Ganz einfach. Das Ding ist, ich finde, Battle cries doppelt auszulösen, ist zwar schön und gut, aber das Ding ist, Bram Bronze Beard wird wahrscheinlich nach einer Runde schon tot sein. Und man muss sehr viel Mana schon haben, damit das wirklich Sinn macht. Bei Baron Todenschwur wiederum kann man schon die ganzen Kreaturen draußen haben, um dann Baron Todenschwur rausbringen und dann die Kreaturen so aufopfern oder wie auch immer einsetzen, dass alle Todesröcheln-Effekte ausgelöst werden. Ja, das hat man sozusagen mehr selber in der Hand und man braucht nicht unglaublich viel Mana, weil man kann das im Nachhinein überraschend machen. Bei Bran Bronze Beard muss man im Prinzip in der Runde, wo man ihn spielt, auch die ganzen Kampfschrei-Kreaturen rausbringen. Ob das jetzt so eine gute Lösung ist? Ich denke eher nicht. Also, ich tendiere da klar zu Baron Rivendeear, aber das soll auch kein Vergleichsvideo sein, sondern es geht hier eigentlich nur um Bram Bronze Beard. Ich finde, die Karte an sich ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Ich denke, man wird sie auch in einigen Decks wiederfinden, aber, ähm, der Ultra-Übershit ist es jetzt auch nicht. Und, ja, das war es auch schon mit diesem Video. Damit habe ich euch Bram Bronze Beard vorgestellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr, ja, ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet oder auch alles zusammen, wie ihr Bock habt. Und in die Beschreibung tue ich euch noch meine anderen Videos rein, wo ich euch Reno Jackson vorstelle, wo ich euch, ähm, Arch, äh, Sif Rafam vorstelle, wo ich euch Elise Starseeker vorstelle und, äh, wie heißt der andere nochmal, Sir Finlay, wie auch immer man das aussprechen möchte, ähm, die stelle ich euch da auch noch vor. Schaut einfach in die Beschreibung und, ja, ähm, wenn ihr dranbleiben wollt und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!